Dies sind die Nachrichten der Freien Ferienrepublik Saas-Fee. Wie uns Korrespondenten der Ferienrundschau melden, häuft sich in den Nachbarländern der Freien Ferienrepublik Saas-Fee ein seltsames Phänomen. Immer wieder sieht man dort Jugendliche und Erwachsene obskure Bewegungen machen. Psychologen konnten dieses merkwürdige Verhalten jetzt deuten. Es handelt sich um einen Ausdruck der Vorfreude auf die nächste Ski- und Snowboard-Saison. Da die Betroffenen nicht selten eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, lädt sie die Freie Ferienrepublik Saas-Fee jetzt ein, ihrer Leidenschaft real zu frönen. Die Pisten der Freien Ferienrepublik Saas-Fee liegen nämlich so hoch, dass bei uns auf Wunsch auch im Sommer Winter ist. Dies waren die Nachrichten der Freien Ferienrepublik Saas-Fee.